Hallo Freunde, hier bin ich wieder im Wald. Ich habe heute Popcorn-Mais auszuplanten. Und hier mache ich ein Loch, aber der Boden ist hart. Da muss ich mit der Schaukel helfen. Ich kann Ihnen helfen. Oh, das ist sehr hart. Ich komme hier. Hier. Und hier. Ich bin fast wegen Geburt hier, Leute. Ja. Ich glaube, ich würde schon schön sein. Und jetzt nehme ich die aus. Entschuldigung, war keine Absicht. Ja. Ah. Oh. So. Und schön sind sie eingepflanzt. Und jetzt sind die Pflanzen eingepflanzt. Und jetzt? Wo bleibt mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Was ist denn da? Mein Wasser. Wo ist das Höchstungszeit? Oh, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Diese Haukel. Ich suche dich aus. Ich schau dich auf. Ich schau dich auf. Ich schau dich auf. Da du reintest. Oh, egal. Hier brauchen wir das. Oh. Ich hör dich auf. Und hier habe ich zwei Stäbchen, die mache ich hier rein und könnte es abmessen, wie sie gewachsen sind. Hier ist meine Pulle, wo ich Wasser aufgestelle. Ah, mein Wasserschnecker auf dem Teller. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Und nicht vergessen, wir haben zwei Stäbchen für die Grüne. Und gib alle jetzt nochmal Pulle hier Wasser bei dir. Die haben durch, was ist saureis. Nein. Zitzen. Hier ist das gleiche Wasser im Frühjahr, raum nass und Wachstum. Wenn euch das Video gefallen hat, da haben wir nach oben, eure Michi, ciao, bis zum nächsten Mal im nächsten Video, ciao. Bis zum nächsten Mal.